so ich möchte die ja nicht abreißen lassen diese glückssträhne die wir haben aber double masters auch das habe ich in meinem premium geschisse dahinten noch gefunden und das gucken wir uns jetzt direkt an ohne zeit zu verschwenden freya husk 1 mana artifact ausrüstung mit living weapon die ausrüstetekatur kriegt plus 1 plus 1 für zwar man das mal kippen orcish wendel 2 mana 1 1 tappen man opferten artefakt der fügt zwei schaden an irgendeinem ziel zu remember the fallen der mana sorcery ihr sucht eins oder beides aus ihr bringt eine kreatur aus dem friedhof zurück auf die hand oder ihr bringt eine artefakt aus dem friedhof zurück auf die hand bedalken infusor vier mana 1 4 zu beginn des abkiebs könnt ihr einen charge counter auf den artefakt legen so was salvatting a salvation salvating gremlins alter diese namen 3 mana 2 3 immer wenn ein artefakt unter dem spiel kommt kriegt der plus 2 plus 0 und trampel might of the masses target kreatur kriegt plus 1 plus 1 bis zum ende des suches für jede kreatur die ihr kontrolliert embolished automat so viel color dash 7 mana 5 7 mit fabricate die west ein spieler zeig die hand vor ihr könnt eine artefakt oder kreaturen karte davon nehmen und könnten die abwerfen dismantle 3 mana ihr zerstörten artefakt wenn dieses artefakt marken hatte legt ihr so viele plus 1 marken oder charge counter auf ein artefakt was ihr kontrolliert buried ruins tappen wenn farbloses 2 mana tappen man bringt einen artefakt aus dem friedhof zurück auf die hand sarah sphinx 5 mana 4 4 fliegen wasser im guide ist halt wie ein sarah engine nur im blau und unser rarest cascade bluffs tappen für ein farbloses oder ein rotes oder blaues tappen ihr kriegt eine beliebige an kombination aus blau oder rot und oder rot und sunring titan 8 mana 7 10 und wenn ihr spielfeld kommt euer spielfeld verlässt sucht ihr euch von jedem basic land typ eine karte aus am feld und zerstört die shatter of squirrel ein mana ihr kriegt ein 1 1 squirrel mit flashback in foil cool und nire fleet hoarder 2 mana 2 1 wenn er stirbt kriegt ihr ein treasure token ja plus us twice as nice vip edition wer erinnert sich noch dran wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin euer blackseat ciao